Das ist Franz Pichler. Der im steirischen Weiz geborene Ingenieur ist der Gründer des Mutterbetriebs der heutigen Elin-Motoren. Er studiert Elektrotechnik und elektrifiziert 1889 die Mühle seines Vaters. 1892 erteilt ihm das Handelsministerium in Wien unter der Nummer 13.688 die Konzession zur gewerbsmäßigen Erzeugung elektrischer Maschinen. Im selben Jahr gründet Pichler die Weizer Elektrizitätswerke F. Pichler & Co. So heißt Elin-Motoren ganz am Anfang. Pichler baut in dieser Zeit Messinstrumente, Transformatoren und Dynamos. Das Unternehmen wächst und Pichler braucht Partner. 1921 entsteht die Marke Elin. Mit dem neuen Namen gibt es auch ein neues Logo. Die Entwicklung und der Bau von Generatoren wird zum Kerngeschäft von Elin. Im Zuge der Wehren des Zweiten Weltkriegs folgt der wirtschaftliche Niedergang des Unternehmens. Elin wird 1942 mit den rheinländischen Schorchwerken fusioniert. Das Unternehmen geht an die Börse. Im Krieg versucht die US-Luftwaffe das Elin-Werk in Weiz zu bombardieren, doch verfehlt zum Glück ihr Ziel. Die Arbeit geht weiter. Nach Ende des Kriegs wird Elin 1946 verstaatlicht. Entwicklung und Produktion gehen weiter. Der größte Auftrag in der Nachkriegszeit. Elin baut die Generatoren für das Pumpspeicherkraftwerk in Kaprunn. 1955 wird das Kraftwerk Kaprunn in Betrieb genommen. Die Elin-Turbinen laufen auch heute noch. In diese Zeit fällt auch der Bau der Elin-Rubax-Motoren, zum Beispiel für Kunden aus der Landwirtschaft. Durch die Fusion mit anderen Unternehmen verändern sich über die Jahre der Name und Beteiligung immer wieder. Das inhaltliche Augenmerk bleibt gleich. Elektronik und Elektrotechnik zum Bau von Generatoren und Elektromotoren. Nach Reorganisationen und Umstrukturierungen wird Elin-Motoren 2002 privatisiert. Die Unternehmensgruppe rund um Franz Rachowitz erkennt das Potenzial. Im Jahr 2009 wird ein neues, modernes Technologie- und Fertigungszentrum in Preding-Weiz bezogen. Damit beginnt die weitere Expansion von Elin-Motoren in Weiz. Es kommen Unternehmen in Bosnien, Ungarn und eine Beteiligung in Indien dazu. Im Detail. 2015 wird Elin-Motors Bosnia gegründet. 2017 erwirbt Elin-Motoren das Unternehmen Nordmetall und führt es unter dem Namen Elin-Metall weiter. Und Elin-Motoren entwickelt neue Produkte und erschließt neue Märkte. 2020 beteiligt sich die Deutsche Voigt-Gruppe an dem traditionsreichen österreichischen Unternehmen. Im April 2022 wird das Joint Venture in Pune, Indien, das bereits zu 25% im Besitz der Elin-Motoren GmbH war, nun gemeinsam mit der Voigt-Turbo zu 100% übernommen. Das Unternehmen wird in Elin Generators India umbenannt und produziert bis zu 1000 Windgeneratoren pro Jahr für Windenergieanlagen. 2022 feiert Elin-Motoren seinen 130. Geburtstag. 1300 Mitarbeiter weltweit feiern mit.